Die Region Stuttgart hat großes künstlerisches und kreatives Potenzial. Hier sind international bekannte Museen und Galerien, kulturell geprägte Städte und Gemeinden und eine Vielzahl an Kulturvereinen, Solo-Selbstständigen sowie FreiberuflerInnen anzutreffen. Trotz der Corona-Pandemie konnten viele von euch innovative Ideen entwickeln. Ihr nutzt den öffentlichen oder digitalen Raum, um eure Kunst und kreativen Projekte sichtbar zu machen. Oder ihr schafft Kunst, die erst in diesen Räumen entsteht und dort wirkt. Mit der Crowdfunding-Kampagne Kulturimpuls Region Stuttgart möchten wir, die Kulturregion Stuttgart, die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart und der Verband Region Stuttgart euch und eure Ideen unterstützen. Stellt eure Projekte auf Startnext und bewerbt euch für die Kampagne. Werdet ihr von der Jury zugelassen, sammelt ihr Gelder über die Crowd. Bewerbungen sind bis Ende Mai möglich. Projekte, die bis Ende April eingereicht werden und zur Kampagne zugelassen werden, erhalten einen Startbonus von 100 Euro. Wir sind gespannt auf eure Ideen und wünschen euch viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank.